Let us detonate tonight Seid ihr bei uns genau richtig Könnt ihr uns gerne ein Abo dalassen Ansonsten, falls euch das Video gefällt Natürlich gerne einen Daumen nach oben Und wir starten einfach in der AFC North Wo wir die Pittsburgh Seeders haben Die Cincinnati Bengals, die Baltimore Ravens Und die Cleveland Browns Wir erzählen erstmal so ein paar Worte zu den Teams Und gehen dann darauf ein Wie sie am Ende der Saison unserer Meinung nach stehen werden Praktisch Die Bilanz-Sieg-Niederlagen Das Sieg-Niederlagen-Verhältnis der einzelnen Teams Bei den Browns natürlich Josh Gordon ab Spieltag 5 wieder da Da wird sich dann auf jeden Fall zeigen, was er leisten kann Wenn er die alte Leistung wieder abrufen kann Das ist eine mega Verstärkung für die Offensive der Cleveland Browns Genauso wie Coleman Der Pick der Browns Auch Wide Receiver aus der ersten Runde Im diesjährigen Draft Auch er scheint gut liefern zu können Muss ich da natürlich zeigen Was er in der Regular Season bringen kann Ist natürlich nochmal eine andere Nummer als die Preseason Ja, der Tieden-Barnage könnte hier so ein bisschen Das Züngeln an der Waage in der Offense werden Von ihm auf jeden Fall auch viel abhängig Ob da noch ein weiterer guter Receiver Dann für den Quarterback Robert Griffin hinzukommt Oder ob er sich dann eben auf die beiden Wide Receiver konzentrieren muss Auf jeden Fall eine extrem interessante Sache Sie haben einen klaren Start in den Quarterback in diesem Jahr Mit Robert Griffin Neuen Head Coach Ja, das Hickhack-Ummensiell ist endlich vorbei Das heißt, sie haben da jetzt ein bisschen Glück Konnten ein bisschen Ruhe ins Franchise bringen Auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache Ja, die Defense ist die große Schwachstelle Einzig Joe Hayden Ist hier natürlich jemand, der heraussticht Und der hier auch für ein bisschen Leistung sorgen kann Ansonsten die Defensive der Cleveland Browns Leider relativ schwach Und ja, Strength of Schedule Ist relativ mittelmäßig, muss man sagen Also die Stärke des Spielplans praktisch Wie schwer sind die Gegner in diesem Jahr? Weil man spielt ja nicht immer gegen jeden Eher mittelmäßig Das heißt, die Gegner sind ganz okay Aber es ist sicherlich nicht das härteste Schedule der NFL Und deswegen muss man einfach schauen Was das am Ende dann für das Sieg-Niederlagen-Verhältnis ist Seit unserer Prognose kriegt der dann gleich am Ende der Division Die Baltimore Ravens Ja, da kommt natürlich so ein bisschen drauf an Wie fit ist Fleckho nach seiner Verletzung? Steve Smith Sr. hängt noch so ein bisschen In der Saison hier dran Auf jeden Fall eine gute Sache für die Offense der Ravens Wide Receiver bei den Ravens Traditionell ein bisschen schwächer besetzt Leider, die O-Line haben sich stark umgebaut Da muss ich auch zeigen, was sie in diesem Jahr leisten können Nächste Frage Wie fit ist der Outdoor-Linebacker Terrell Sucks? Nach seiner Verletzung Richtig, richtig starker Mann Und sicher auch extrem wichtig für die Baltimore Ravens Die Defense generell so ein bisschen das Prachtstück Der Ravens wird oftmals unterschätzt Ja, aber zu Unrecht Richtig, richtig starke Defense Ein vermeintlich leichter Startwort auf die Ravens Gegen die Bills und gegen die Browns Danach haben sie die Jaguars und die Raiders Da wird es das erste Mal ein bisschen interessant werden Denn die beiden Teams sind natürlich auch mit die interessantesten der NFL in diesem Jahr Und ja, soviel zu den Ravens Cincinnati Bengals, klar Sie haben Wide Receiver Green verloren Eifert ist auch noch verletzt Dalton wird in den ersten Spielen Bis Eifert wieder fit ist, ordentlich zu kämpfen haben In der Offensive ohne wichtige Receiver Aber hier die Defense zählt generell zu den stärksten der NFL Die Frage ist hier natürlich Ob sie ihrem Temperament so ein bisschen Ob sie das Temperament so ein bisschen zügeln können Oder ob ihnen das vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht Man sieht es ja auch immer in den Partien Gegen die Pittsburgh sieht das zum Beispiel Dass da immer einiges drin ist Die ersten drei Spiele der Bengals Auch extrem hart Die könnten sie ohne Tyler Eifert wohl verlieren So ist zumindest unsere Einschätzung Danach haben wir allerdings ein paar machbare Aufgaben Weshalb man hier bei den Bengals durchaus mit den Playoffplätzen rechnen kann Bei den Pittsburgh Steelers auch interessant Die Suspendierung von Running Back Le'Veon Bell Und Wide Receiver Metavis Bryant Könnten hier ganz ganz schwere Folgen Für die Offensive der Pittsburgh Steelers haben Die Offense ist trotzdem um Big Ben und Antonio Brown und Williams Sehr sehr gut besetzt Weiterhin gut besetzt Um eine gegnerische Defense weiterhin empfindlich zu treffen Selbst wie gesagt mit dem Ausfall Beziehungsweise der Sperre der beiden wichtigen Leute Frage auch hier Kann der neue Titan Green den Abgang von Miller so ein bisschen ausmerzen Bleibt Big Ben fit? Verletzt er sich? Ein bisschen schwierig zu beantworten Und die Defense hängt natürlich dem Steel Curtin der vergangenen Jahre weit weit hinterher Hat aber richtig Potenzial in diesem Jahr da wieder ein bisschen näher ranzukommen Natürlich Linebacker Ryan Chazier hier allen voran Richtig, richtig wichtiger Mann in der Defensive Der Pittsburgh Steelers Wenn Big Ben unverletzt bleibt Kann man so vielleicht versuchen Weiterhin den Ausfall Beziehungsweise die Suspendierung von Bell und Bryant irgendwie zu kompensieren Wird da ein bisschen drauf ankommen Wie die Steelers da vorankommen Sie können es schaffen Diese beiden Ausfälle zu kompensieren Aber da müssen sie eben auch ein bisschen was zeigen Und das wird so ein bisschen das Zünger an der Waage sein Bei den Steelers Abschließende Prognose für diese Division für uns Platz 1 Pittsburgh Steelers 11-5 Platz 2 Cincinnati Bengals 10-6 Platz 3 Baltimore Ravens Die gehen mit 7-9 aus der Saison Und Platz 4 die Cleveland Browns mit 3-13 Kommen wir nun zur AFC East Mit den New England Patriots Die New York Jets Den Miami Dolphins Und den Buffalo Bills Und mit den Buffalo Bills fangen wir auch mal direkt an Ja, Quarterback Tyra Taylor hat verlängert bei den Bills Somit eine Absicherung für den Starting Quarterback Job Hier also ein bisschen Planungssicherheit Für das Team aus Buffalo Generell eine relativ unterschätzte Offense Mit Taylor McCoy, Watkins und Watkins und dem Tident Clay Sehr, sehr gute Männer Die sie da haben Und die können auf jeden Fall einiges reißen Normalerweise Das einzige Problem in der Offense ist so ein bisschen Dass die Backups ein bisschen zu schwach sind Das ist so eine Sache Da müssten die Bills eventuell noch dran arbeiten Klar, wichtiger Fall auch Kann man die Suspendierung von Defensive End Marcel Darius so ein bisschen Kompensieren Ganz, ganz interessante Geschichte Marcel Darius ja auch wegen Drogenmissbrauch Leider von der NFL gesperrt Die Bills waren darüber überhaupt nicht erfreut Da gab es sogar ordentlich Öffentlich eine ordentliche Shelter Für den Kollegen Darius Da waren wir selber überrascht Wie hart das Ganze auch öffentlich ausgefallen ist Klar, was können die Ryan-Brüder in Buffalo leisten? Auch eine ganz, ganz wichtige Frage Und es wird ein harter Auftakt für die Bills werden Am Anfang warten die Jets, die Cardinals und die Patriots Ja, das könnte auf jeden Fall richtig, richtig ärgerlich gehen Und so ein Start in die Saison gegen so starke Teams Das kann natürlich auch so ein bisschen was an der Stimmung machen Im Team Generell leiden die Bills so ein bisschen unter der starken Division In der sie doch sind Und deswegen glauben wir auch nicht Dass sie in dieser Division eine riesen Chance haben werden Weiteres Team Eben die Miami Dolphins Vielversprechende Offensive mit Ryan Tannehill, Laundrie, Stills und Parker So ein bisschen auch die Frage Wie finden sich Laramie Tanzel in die NFL-Line Der First-Round-Pick der Dolphins Ja, O-Liner Einer der vielversprechendsten Leute eigentlich aus dem Draft Nächste Frage Kann Running Back Foster und Thailand Cameron Können die Leistung zeigen? Können die der Offensier gut weiterhelfen? Weiterhelfen Die Defense ist auf dem Papier extrem stark Der Passbrush natürlich mit Sue und Wake Mega, mega gut Und die Cornerbacks Maxwell und Alonso als Linebacker von den Eagles Sind ja jetzt noch neu dazugekommen Und auch das sicherlich eine extrem interessante Geschichte hier Die man im Auge behalten sollte Für uns noch ein bisschen trotzdem weiterhin eine Wundertülle Die Miami Dolphins Sie verstärken sich eigentlich jedes Jahr relativ gut auf dem Papier Aber können dann nicht so richtig liefern Und der knallharte Saisonauftakt mit den Patriots und den Seahawks Wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass im sonnigen Miami sehr, sehr schnell der Hitzekoller ausbrechen wird Dank der Siege gegen die Bills kann man sich aber Platz 3 in der Division unserer Meinung nach sichern Die New York Jets haben endlich Ryan Fitzpatrick gesigned Das war für mich eine der lästigsten Storys der Offseason Ich konnte echt nicht mehr hören Hier, dass die beiden Parteien sich da einfach nicht einigen konnten Klar, er zusammen mit dem Wide Receiver Marshall und Thailand Decker Ein sehr, sehr gutes, eingespieltes Trio aus der letzten Saison Da kann man auf jeden Fall einiges erwarten Klar, kann Forte Chris Ivory ersetzen oder Forte Chris Ivory ersetzen als Running Back Ist eine gute Frage Wird sich dann im Lauf der Saison auf jeden Fall zeigen Ansonsten die Offense relativ, ja, so ein kleines Sorgenkind Weil die O-Line auch um Mangold immer so ein bisschen älter wird Und deswegen müssen wir da mal schauen, was man da noch so erwarten kann Defense, definitiv einer der besten Front 7 mit Defensive End Wilkerson, Richardson und Williams Richtig, richtig stark Outside Linebacker Position hier Allerdings so ein bisschen das Manko Die lassen dann zu den Defensive Ends doch ein bisschen federn Cornerbacks, Chromati und Reeves und Pryor Als Safe, die geben da eine super Secondary ab Gerade Reeves allerdings ein bisschen älter schon Muss man sehen, was er noch liefern kann Auch sicherlich so ein kleines Fragezeichen Zählt generell aber grundsätzlich zu den besten Cornerbacks der Liga Ja, die ersten sechs Spiele, die haben es in sich Bengals, Chiefs, Seahawks, Steelers, Cardinals Das sind große Namen, die hier auf die New York Jets warten Und da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein Wie sie sich da schlagen können Wenn man da in den ersten Spielen liefern kann Ist viel, viel für die Jets drin Aber das wird sich dann eben auch im Großen und Ganzen, wie gesagt Noch zeigen müssen, ob sie da liefern können Auf jeden Fall ganz wichtig Wie die New York Jets in diese Saison starten werden Patriots, ja, da braucht man nicht so viel zu sagen Offensiv eines der bestbesetzten Teams Und ja, die sind einfach so variabel Tom Brady reißt immer so viel raus Auch wenn er jetzt die ersten vier Spiele suspendiert ist Ist ein bisschen die Frage, wie spielt Jimmy Garoppolo in den ersten vier Spielen Eben ohne Tom Brady, wie kann er das Team führen Klappt das alles? Wie schlägt sich die neu formierte Front Seven in der Defensive? Kann Cornerback Butler, ja, ein bisschen auf Unterstützung hoffen Auf der Cornerback-Position, dass er nicht mehr so ganz alleine ist Relativ schweres Schedule haben sie auch Aber ist für die Patriots natürlich trotzdem machbar Und ja, wenn Garoppolo hier gut in die Saison startet Sind wir sogar der Meinung, dass die Patriots hier eine perfekte Saison hinlegen können Unterm Strich glauben wir an der AFC East An folgende Tabelle Platz 1, New England Patriots 13 zu 3 Platz 2, New York Jets 9 zu 7 Platz 3 geht an die Miami Dolphins mit 5 zu 11 Und die Buffalo Bills schließen die Division ab Mit einem Sieg-Niederlagen-Verhältnis von 4 zu 12 Die AFC South sicherlich eine sehr, sehr interessante Division Nicht unbedingt die stärkste der Liga, aber eine sehr interessante Mit dabei sind die Jacksonville Jaguars hier in den Apples Colts Die Houston Texans und die Tennessee Titans Fangen wir mal mit den Titans Ja, klar, eine gute Rookie-Saison für Marcus Mariota liegt hinter ihm Kann er sich jetzt steigern, eine der wichtigsten Fragen Die O-Line ist die stark genug, um ihm ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen Und vor allen Dingen den neuen Running Backs, den Marco Murray Und natürlich auch Henry mehr Zeit zu verschaffen Ganz, ganz wichtige Frage, wie die Running Backs hier in das Franchise der Titans reinfinden Die Wide Receiver-Positionen sind relativ schwach besetzt Vor allen Dingen nach dem Abgang von Green Beckham Verstehe ich bis jetzt immer noch nicht, diesen Trade Aber gut, Walker, der Einzige hier, der Tider, Delaney Walker Der hier ein bisschen als Go-To-Guy zu taugen scheint Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wie gesagt, Green Beckham Habe ich eigentlich viel Hoffnung drauf gelegt Oder wie generell, dass er jetzt zu den Eagles getradet wurde Muss man nicht unbedingt verstehen Die D-Line auf jeden Fall das Prunkstück der Titans mit Casey und Jones Ja, und die Secondary ist mit Abstand die größte Baustelle hier in Tennessee Da muss man auf jeden Fall in einem nächsten Draft dann zulegen Der Spielplan ist allerdings vermeintlich relativ leicht Sodass die Titans durchaus überraschen könnten Allerdings sehen wir die Division-Rivalen hier generell Alle ein bisschen stärker als das Team aus Tennessee Bei den Texans hat man natürlich Brock Osweiler verpflichtet In der Off-Season von den Denver Broncos Beziehungsweise als Free Agent dann Ist er jetzt endlich der Franchise-Quarterback Der so dringend gesucht wurde in Houston Ist die große Frage Kann der Running-Back-Limmer Miller auch überzeugen Der von den Dolphins kam Wir haben ein gutes Wide-Receiver-Duo mit Hopkins und dem Rookie Fuller Die O-Line ist noch so eine Schwachstelle auf jeden Fall Da wird Osweiler nicht so viel Zeit haben Und Miller wohl auch nicht den großen Raum bekommen Drittbeste Defense der letzten Saison Ome, Defensive Tackle, Vince Wilfock, Defensive End J.J. Watt, großer Star des Teams Outside-Linebacker, J. Davies, Clowney Und ja, McKellos, Linebacker Auch noch ein richtig guter Mann Den man hier vielleicht erwähnen sollte Die Secondary, leider die große Schwachstelle der Defense Der Houston Texans Da müssen sie auf jeden Fall nachlegen Das könnte auch so ein bisschen hier Das Züngeln an der Waage werden Denn wenn die natürlich nicht stimmt Dann ist es für die gegnerische Offense Zum Beispiel über den Pass zumindest ein bisschen leichter An Raumgewinn zu kommen Deswegen hier mal sehen, wie die Jungs da ins Spiel kommen Der Start vermeintlich leicht gegen die Bears Danach hat man aber zwei Kracher Mit den Kansas City Chiefs und den New England Patriots Das wird auf jeden Fall eine interessante Anfangsphase werden hier für die Texans Und die Spieltage 5, 6 und 7 Sind dann gegen die Vikings, Colts und Broncos Ja, das heißt so in den ersten sieben Spieltagen Die sind auf jeden Fall schon extrem wegweisend Für die Houston Texans Ja, unserer Meinung nach reicht es dann Wegen der schwachen O-Line und der Secondary in diesem Jahr Nicht für die Playoffs Sondern eher nur für Platz 3 in dieser Division Die Indianapolis Colts Das Team von Paddy Letztes Jahr leider für uns so ein bisschen Die Enttäuschung der NFL gewesen Klar, wie fit bleibt Andrew Luck Nachdem beinahe jedes Körperteil bei ihm angeschlagen zu sein Scheint Die 4 Draftpicks wurden für die 4 Draftpicks wurden insgesamt für die O-Line verwendet Um Luck besser schützen zu können Das ist die Frage, was die Rookies da in ihrer ersten Saison Denn leisten können Running Back Gord 32 Jahre alt Kann er von der neuen O-Line profitieren Sie haben mit Moncrief Hilton Und auch Set eines der schnellsten Wide Receiver Trios Der Liga auf jeden Fall hier Eine Waffe teil Denn Flina wurde zugunsten von Tylan Allen hier abgegeben Da muss ich zeigen, ob das eine schlaue Idee war oder eher nicht Sie haben einen neuen Defensive Coordinator Die Defensive ist allerdings unserer Meinung nach Nicht so richtig adäquat besetzt Linebacker Jackson sowie Cornerback Davis Und neue Verpflichtung Cromarty Könnten hier allerdings die Secondary doch so ein bisschen stärken Da sind wir gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird Die D-Line könnte hier so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg sein Wenn es ihnen in der Saison gewinnt Hier die wichtigsten Third Downs zu erzwingen Oder am besten dann natürlich zu stoppen Das Schedule ist relativ leicht der Colts Ja, kaum zwei schwere Spiele in Folge Eine ganz, ganz wichtige Sache Um die Moral vielleicht im Team auch so ein bisschen hochzuhalten Und wir sind der Meinung, wenn die O-Line hält und die Defensive so ein bisschen zur Stärke finden kann Dann sind die Colts hier ein klarer Playoff-Kandidat in diesem Jahr Wieder nach der letzten schwachen Saison Und als letztes Team, das interessanteste Team Für mich das interessanteste Team der NFL in diesem Jahr Die Jacksonville Jaguars Ja, sie haben sich in der Off-Season neben den Raiders mit Abstand am besten verstärkt Ja, Quarterback Bortles, ein guter Mann Da haben sie einen soliden Spieler, der noch jung ist Da haben sie zwei Weltklasse-Wide-Receiver mit Robinson und Hearns Gepaart mit dem Odie-Titant hier Julius Thomas, damals von den Denver Broncos Richtig, richtig offensiv Brandgefährlich unserer Meinung nach Running Back Ivory und Yeldon Ist man hier auch mit den beiden, ist man auch fürs Laufspiel gut besetzt Die einzige, ja, der einzige Schwachpunkt so ein bisschen die O-Line Auch hier wieder bei den Jaguars Die Frage ist, wie viel Zeit kann man hier Blake Bortles geben Ganz, ganz wichtig Defensiv, das Hauptproblem des letzten Jahres Die Defensive war das Hauptproblem des letzten Jahres Deswegen hat man natürlich hier auch versucht, ordentlich nachzulegen Und das ist unserer Meinung nach eigentlich hier ganz gut gelungen Erstmal kam ein neuer Defensive Coordinator Dann hat man Jackson geholt Man hat Free Safety Tishon Gibson von den Browns geholt Man hat Prinz Amukamara geholt von den Giants Die kamen als Free Agents Man hat Jalen Ramsey als Cornerback im Draft geholt Man hat Miles Jack als Linebacker geholt im Draft Das sind die Stils auch des diesjährigen Draft Das waren einfach, ja, das waren Picks Die haben uns überzeugt, das waren Picks Die haben wirklich uns auch begeistert Defensive End Dante Fowler Jr. Der vermeintlich beste Spieler aus dem letzten Jahr War die Rookie-Saison verletzt Ist jetzt auch wieder mit im Team Und deswegen können diese Spieler einfach einen riesen Impact Auf die Defensive der Jacksonville Jaguars haben Und deswegen eine riesen Wundertüte Für uns ist für die Jaguars in diesem Jahr Wirklich absolut alles drin Auftakt gegen die Packers Könnte schon so ein bisschen das erste Wichtige aufeinandertreffen werden Wenn sie hier ein großes Ausrufezeichen setzen Die Jaguars, dann geht für sie generell einiges in diesem Jahr Wir freuen uns sehr, das Team spielen zu sehen Muss man einfach sagen Wenn die Offense liefert, die O-Line hält Dann ist für sie wirklich alles drin Und unserer Meinung nach sieht die AFC South am Ende der Saison Folgendermaßen aus Die Jaguars gehen an 1 durch diese Division mit 10 zu 6 Das ist richtig, richtig gut Die Indianapolis Colts mit 9-7 an 2 Die Houston Texans mit 7-9 an 3 Und die Tennessee Titans schließen die Division mit 5 zu 11 ab Kommen wir jetzt noch schnell zur letzten Division Und zwar zur AFC West Der Division meiner Denver Broncos Die heute Nacht spielen werden gegen die Carolina Panthers Mit dabei aber auch noch die Kansas City Chiefs Die Oakland Raiders Und die San Diego Chargers Fangen wir mal in den Chargers an Quarterback und zukünftiger Hall of Famer Rivers immer noch einer der besten Quarterbacks der Liga Mittlerweile allerdings so ein bisschen im Späterb seiner Karriere Was kann er zeigen? Sicherlich eine interessante Frage Running Back Gordon hatte eine richtig grausame Rookie-Saison Und muss dieses Jahr einfach zeigen Dass er ein verdienter First-Round-Pick war Zwei gute Wide-Receiver hat man mit Allen und Benjamin Neuzugang von den Browns an dieser Stelle Und mit Gates hat man auch einen ziemlich starken Tight End Die O-Line letztes Jahr vom Verletzungspech so ein bisschen verfolgt Da muss man mal sehen, ob sie dieses Jahr halten kann Ob sie Chargers, ob sie die Rivers die nötige Zeit gibt Hier einfach O-Line bei vielen Teams Wirklich eine Schwachstelle Abgang von Eric Weddle Der wird in der Defensive absolut nicht zu kompensieren sein Da haben sich einfach auch dumm verhalten Die Chargers hier gegenüber Eric Weddle Meiner Meinung nach Aber die Chargers sowieso nicht unbedingt das Team meiner Sympathie Ja, Bowser hat endlich unterschrieben Nachdem es da einen riesen Hicker gab in der Off-Season Um den First-Round-Pick der Chargers Hat er jetzt unterschrieben Und wird nun mit Leo Gett und ja Mebane oder Mebane richtig auflaufen können Da haben wir auch gute Spieler hier in der Front 7 Muss man auch sehen Ab wann wird Bowser spielen? Hat er viel vom Training verpasst So ein bisschen die Frage, wie schlägt er ein? Also da auf jeden Fall noch so ein kleines Fragezeichen drüber Linebacker Ingram und die Cornerbacks Flowers und Verrett Verleihen auf jeden Fall der Second-Debutt So eine gewisse Würze Relativ gute Jungs Und die müssen auch jeden Fall da hinten ihren Job auch gut erledigen Um die Chargers hier irgendwie in der Saison halten zu können Das Problem sind eigentlich die anderen Teams in der Division Mit Abstand die AFC West Eine der schwersten Divisions der NFL Da braucht man überhaupt nicht drüber reden Sie haben ein relativ leichtes Schedule Aber sie müssen trotzdem gegen die Raiders ran Trotzdem gegen die Broncos Trotzdem gegen die Chiefs jeweils zweimal Das sind eigentlich sechs Niederlagen Die man buchen kann im schlechtesten Fall Und das ist natürlich schon mal bitter Die Oakland Raiders mit den Jaguars zusammen Eben mit Abstand die besten Verpflichtungen In der Offseason gemacht Derek Carr zeigt selbst nach zwei Jahren schon Was er einfach ein richtig, richtig Was er für ein richtig, richtig guter Quarterback ist Er kann mal ein richtig großer werden Wenn er so weitermacht Dann haben wir Rookie Running Back Washington Murray Kann Running Back Murray so ein bisschen Die erhoffte Verschnaufpause bringen Hier Derek Carr auch so ein bisschen Auf jeden Fall eine Frage Die sich dann hoffentlich in der Saison klären lässt Wide Receiver Trio Um Cooper, Crabtree und Roberts Ja, lassen sie nicht so viele Bälle diesmal droppen Cooper sowieso natürlich vielversprechender Junge Der war schon in seiner Rookie Saison richtig stark Und wir glauben nicht, dass der schwächer werden wird Deswegen reden wir hier eigentlich von einem richtig guten Wide Receiver Trio Osemele wurde geholt von den Ravens für die O-Line Ganz, ganz wichtige Verpflichtung Hier auch nochmal auf jeden Fall Der nötige Push dann ein bisschen im Running Game Ja, klar Man hat Khalil Mack in der Defensive Als Defensive End oder Outside Linebacker Kann beides überragend spielen Er ist einfach einer der besten Spieler der Liga Und da brauchen wir nicht drüber reden Er ist richtig, richtig stark Das Einzige, was ärgerlich ist hier Edwards Junior wird sechs Spiele wohl ausfallen Hat man natürlich durch gezielte Picks im Draft Ein bisschen versucht zu kompensieren Dann hat man noch Irwin von den Seahawks verpflichtet Outside Linebacker Auch das war eine richtig starke Verpflichtung für die Defense Und ja, Woodson wurde gleich in Runde 1 ersetzt Sofern man ersetzt sagen kann Klar, Charles Woodson sehr, sehr schwer zu ersetzen Hat ja aufgehört Aber man hat eben Carl Joseph geholt in Safety Und hofft, dass er so ein bisschen in die Fußstapfen treten kann Relativ leichtes Auftaktprogramm Auch hier für die Raiders Man könnte also in Woche sechs Wenn es gegen die Chiefs geht Durchaus hier schon mit 5-0 Denn in die Saison starten wir natürlich ein optimaler Auftakt Schedule generell auf jeden Fall machbar Die Spieler gegen die Chiefs und gegen die Broncos Die werden so ein bisschen zeigen, wohin die Reise geht Denn das sind wirklich die wichtigsten Spiele in dieser Division Wo die besten drei untereinander gegen sich spielen Die werden extrem viel Einfluss haben Meine Denver Broncos Ja, Peyton Manning weg, Osweiler weg Man geht mit Trevor Simeon in die Saison Rookie Lynch an zwei gesetzt Ein Quarterback wurde jetzt noch verpflichtet so ein bisschen Aber gut, wie gesagt Simeon wird das Team hier anführen Anderson hat man gehalten Ist jetzt die Frage, wie auch der Rookie Devonti Booker Der macht einen richtig guten Eindruck eigentlich Der Running Back Da bin ich gespannt, was er zeigen wird diese Saison Da kann man vielleicht doch mehr erwarten Als viele gedacht hätten Könnte auch ein Stil im Draft gewesen sein Wide Receiver Sanders und Thomas Klar, eines der besten Wide Receiver Duos der Liga Ohne Frage Am Ende der Sanders frisch verlängert Und drei Jahre war klar Nachdem man jetzt dann auch mit der Entlassung von Mark Sanchez Wieder Geld zur Verfügung hatte Gleich in Sanders investierte Habe ich eigentlich praktisch genauso gesagt Dass es so kommen wird War auch, wie gesagt, vorher zu sehen Die Ola haben sie mit Russell Okun von den Seahawks verbessert Generell aber die Ola noch die Schwachstelle meiner Broncos Da brauchen wir nicht drüber reden Da wird sich auch so ein bisschen zeigen Wie da, ja, die Saison laufen wird Ich hoffe, sie zeigen einen einigermaßen guten Sie machen einen einigermaßen guten Job Aber es wird echt, echt schwer werden Outside Linebacker Duo Klar, das Beste der Liga von Miller und DeMarcus Ware Auch die Secondary mit Talib, Chris Harris und Bradley Roby Das sind drei Cornerbacks Das ist das beste Cornerback-Duo der Liga Da braucht man meiner Meinung nach überhaupt nicht drüber diskutieren Bradley Roby, richtig stark Chris Harris, einer der besten drei Cornerbacks der Liga Ohne Frage Er kippt Talib auch mega stark Klar, der hat eine Schutzverletzung Aber soll wieder fit sein Ja, die eigentliche Frage ist hier Die Schwäche in der Defense kann eigentlich nur die D-Line sein Ansonsten das Team wirklich mega stark aufgestellt Man hat natürlich einen schweren Auftakt Gegen die Carolina Panthers dann heute Nacht Da bin ich gespannt, wie wir in die Saison starten werden Aber ansonsten bis Woche 10 Relativ machbares Schedule Klar, Frage hier ganz klar Wie kommt Simian in die Saison? Was kann er zeigen? Er hat mir ganz gut gefallen Letztes Jahr hatten wir nicht die besten Quarterbacks der Liga Im Gegenteil, eher statistisch gesehen Nur die schlechtesten Und haben trotzdem den Superbowl gewinnen können Die Frage ist Kann die Defensive in diesem Jahr so weitermachen Und kann Simian einigermaßen ruhigen Job machen In der Offensive Kann er die Offense so einigermaßen Ja, mit Bedacht ein bisschen leiten Ganz, ganz wichtig hier Die Frage Die Partien gegen die Chiefs Die Raiders und die Patriots Die werden entscheiden Ob es für Platz 1 oder Platz 2 Für die Broncos reichen wird in der Division Und das letzte Team Sind die Kansas City Chiefs Klar Quarterback Alex Smith Einer der stabilsten Quarterbacks derzeit Der NFL hat eine gute Wandlung vollzogen Hat uns auch im letzten Jahr sehr, sehr gut gefallen Leider Jamal Charles Ja, Ausfall hier Running back Richtig, richtig guter Mann Und den muss man versuchen zu kompensieren Irgendwie diesen Ausfall Mit Wide Receiver Conley und Macklin Hat man endlich in Ja, hat man Macklin so ein bisschen Den guten Wide Receiver Endlich an die Seite gestellt Auch ganz, ganz wichtig Dass der Junge nicht mehr alleine ist Klar Travis Kerzi Einer der besten Tileins der Liga Ähm Dann hat man mit dem Right Tackle Schwartz Die O-Line richtig, richtig gut verstärken können Auch eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung gewesen Und man hat mit Houston Harley-Johnson Und Mahuga Eines der besten Linebacker Korps der Liga Auch das Ähm Ja, klar Hier ohne Irgendwelche Fragen Zu sagen Cornerbacks Peters aus dem letzten Jahr Der Rookie Richtig stark in die Saison gestartet Dann haben wir das Safety Eric Berry Auch er Zählt einfach zu den Besten der Liga Auch da brauchen wir nicht großartig drüber reden Die beiden bilden Bilden natürlich auch den Kern Der Secondary Welcher im Draft auch nochmal Auf der Cornerback-Position verstärkt wurde Aber das war auch nötig für die Chiefs Wenn sie nochmal so einen Glücksgriff machen Wie mit Peters Dann geht da auf jeden Fall einiges Ja, Defensive Tackle Poe ist wieder vollkommen fit Auch eine richtig, richtig gute Nachricht Der schwere Junge hier Der schwere Nose Tackle Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Spieler Auch für die Defense der Kansas City Chiefs Das Auftaktprogramm Relativ machbar gegen die Chargers Die Texans Und die Bears Also sollten da eigentlich den ersten siegen Er sollte nicht so viel im Weg stehen Und außer den Pandas in Woche 10 Und den Division-Konkurrenten Also den Broncos und den Raiders Hat man ein sehr machbares Schedule auch hier Deswegen Sind wir mal gespannt Die Siege Beziehungsweise der Sieg der Division Wird sich hier unter den Chiefs und den Broncos Ja, so ein bisschen ausmachen Schwer zu sagen Wir tippen jetzt auf folgende Tabelle Und zwar Kansas City Chiefs An 1 mit 11 zu 5 Die Denver Broncos an 2 mit 10 zu 6 Die Oakland Raiders mit 9 zu 7 an 3 Und die San Diego Chargers mit 4 zu 12 An Rang 4 in dieser Division Das war also unsere Analyse der AFC Die NFC-Analyse wird es morgen geben Wenn euch das Video gefallen hat Gerne einen Daumen nach oben geben Eure Meinung dazu Zu allem Unten in die Kommentare Wir freuen uns sehr das zu lesen Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video Wieder aber vorher Checkt auch noch Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus Die Links sind unten in der Videobeschreibung Bis zum nächsten Mal Euer Raphael von GameTesticle Hade